2004, heute gibt es mal ein etwas anderes Video und zwar habe ich ja schon vor einigen Wochen ein ähnliches Video gemacht, wie es die Leute auf dem Wumms-Kanal immer machen. Und zwar war das ja 10 Sätze oder 10 Sachen, die ein VfL-Fan niemals sagen würde. Das ist ja verbunden mit dieser Kategorie von den Sachen oder Dingen, die Fußballfans niemals sagen würden. Und heute kam ein neues Video und zwar der Rama-Song und es gibt ja, den kennen wahrscheinlich viele von euch, dieser Rambo-Rama-Song von Wumms, der kam ja vor etwa einem Jahr raus, ich glaube sogar genau 12 Monaten. Und heute kam dann ein Supercut, heißt das, also ein Video. Es ist im Prinzip das gleiche Musikvideo, der gleiche Text, nur halt, dass verschiedene YouTuber oder ja doch YouTuber da halt diesen Song singen und das dann immer unterschiedlich ist und das zusammengeschnitten wurde und dann dieser ganze Song dementsprechend von YouTubern gesungen wurde. Das ist eigentlich ein ganz schickes Lied, das ist halt irgendwie, naja, es ist nicht mehr so aktuell. Es war halt dann ja vor einem Jahr, da war dann ja auch zum Beispiel das Champions-League-Finale, wo Rama-Sala da diesen Arm verletzt hat. Und dann sind jetzt ein paar Sachen irgendwie, jetzt muss ich fürs Portugal-Spiel trainieren, heißt es am Ende. Das ist natürlich jetzt nicht mehr so ganz brandaktuell, aber trotzdem ein lustiges Lied, könnt ihr euch ja alle mal anhören. Rambo-Rama-Song, einfach Rama-Song suchen, da wird es euch direkt vorgeschlagen. Das, was in diesem Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, abonniert diesen Kanal und ciao.